Warum sind wir doch nie hier? Da isset wieder! Tante Roberto Blanco alias Mariana Rosenberg. Genauso hässlich wie am Freitag. Winken kann er immer noch. Dahinten ist wieder... Mr. Kotzi. War gestern nicht da. Hat auch kein Bier da stehen. Zuckerfreies Energy, warum auch immer. Unser Wesenkopf. Miss guckt wieder blöd und hat fast eine Hand. Andreas, hau da? Ja, ja. So, alles schön da, ja. Da ist die Bühne. Also heute Tag 3. Essen-Borbeck, ne? Ja. Er singt Gott sei Dank nicht. Also ihr könnt alle kommen. Eintritt ist frei. Tolles Schlagerprogramm. Technik klingt bis jetzt auch ganz gut. Und, ähm... Habt einen schönen Tag. Mach noch mal winke winke für das Publikum. Husband. Gut erzogen, ne? Marvin, wink. Marvin, wink. Machen wir mal winke winke. Wursband. Wursband, ja. Wursband. Wursband, ja.